So, hier sind wir wieder mit eurem Arbackel. Wir spielen weiter Magica und wir beißen uns gerade hier an einem harten Fight fest. Zumindest glaube ich, dass es ein harter Fight ist, weil ich schon, glaube ich, drei oder viermal hier gestorben bin. Und warum mache ich das auf mich selber? Bin ich denn bescheuert? Ich kann wundern, dass ich so schön sterbe, wenn ich das auf mich selber mache. Wie blöd muss man eigentlich sein? Bitteschön. Ah, ich liebe es ja so festgenodelt zu werden hier. Hallo, danke. Darf ich auch mal raus? Ich komme schon die nächsten jetzt wieder an. So ein Driss. Hä? Ne? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Mann, ich lasse husten. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. According to this, the castle neben dem Boss... Ah, this can be right. Ich glaube, das war eine Ritter der Kokosnuss-Anspielung. Die Ritter von... Ah, oder so eine Burg oder sowas. Ich glaube, es regnet ja. Und ich glaube, ich sollte dann das Elektro nicht benutzen. Ich glaube, ich sollte dann auf Feuer-Arkan-AoE umschalten. Was ja auch relativ effektiv ist hier, wenn ich dann mal dazu komme, das zu zaubern. Ja, danke, dass euch nichts auffällt. Dass ich hier machen kann, was ich will. Nein, das ist ganz schlecht hier gerade. Das ist ganz schlecht, was hier gerade passiert, Freunde. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht, was hier gerade passiert. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Ah! Hallo, lass mich doch mal heilen jetzt hier. Boah. Mann, ist das ein Pfeil, ey. Oh Mann, oh Mann. Ich bin gerade auch ein bisschen ruhiger, ja. Das stimmt schon. Vor allem diese Bullrush-Typen, die gehen mir so auf den Sack jetzt hier gerade. Gut, dass ich brenne und dann automatisch aus dem Gegner rauslaufe. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich eigentlich scheiße. Also, das, was hier gerade passiert, finde ich nicht gut. Oh, lass mich doch mal hier irgendwas machen. Oh nee, jetzt bin ich wieder hier so eingeschlossen. Oh. Ja, der Kampf läuft gerade sehr, sehr gut ab. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade eigentlich passiert da oben, weil ich sehe nichts. Und ich glaube, ich kann noch gerade sehr, sehr wenig machen. Außer mich zu heilen. Ich glaube, ich sterbe jetzt gerade wieder fast, 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 fast. Ich bin frei. Puh. Puh. So, ähm, jetzt muss ich wissen, was passiert gerade da hinten. Und, äh, wie kann ich irgendjemanden gerade am besten umbringen. So. Einbauen weniger. Da ist der Druide. Da ist der Druide. Jetzt laube ich wieder ins Feuer rein. Danke. Jetzt kann ich gerade nichts machen. Der Kampf nimmt gerade wieder eine sehr beschissene Rindung. Hallo. Darf ich auch mal vielleicht irgendwas? Oh. Mann, das ist ja zu Mäuse im Elk, warte Scheiße. Oh, Mann. Also, ich muss mich gerade mal ein bisschen aufregen. Der Kampf gerade war mega scheiße. Boah. Was? Und es geht immer noch weiter? Boah. Ja, genau. Ich handle das. Kein Problem. Ich handle das. Oh, nein, ey. Oh, nein. Oh, Mann. They're very scared by the rock. Blod journey be. Oh, die kommen reingeschleidet. Oh, nein, ey. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Links ist das ein Checkpoint. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was sind das? Warum sind das? Das sind kleine Häuser-Sybole da drunter. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ich bin einfach mal weg. Und das ist super effektiv. Das nicht. Das schon. Hallo, Heilung. Oh, nee. Sag mir jetzt nicht. Sag mir jetzt nicht. Was soll denn diese Scheiße jetzt sein? Was war das denn jetzt? Ja, super. Erstmal schön daneben schleudert. Das finde ich so kacke. Hallo. Mal was machen. Ich will was machen. Und die Viecher fangen an zu lachen. Boah, bin ich schnell tot. Heilung. Heilung. Ich will weg. Jetzt brenne ich auch noch. Wann brenne ich denn jetzt schon wieder? Ich fange ja alle Nasen lang an zu brennen. Das ist ja schlimm. Hab es geschafft? Ich hab es geschafft. Ich hab es geschafft. Boah. Boah. Aber der Kampf war ja, war ja zehnmal einfacher als die beiden davor. Vielleicht macht mich das Anfang nicht so schwer, aber boah. Boah. Angus. Ja, gerne doch. Ja, was soll ich denn jetzt denn noch komisch, äh, untersuchen und so. Mhm. Mhm. Ja, also. Rein da in den Karren. Ist das ein Holzpferd? Ist das kein Holzpferd? Das ist ein Holzpferd. Wir haben dasselbe geschafft. Endlich. Boah, waren das harte Kämpfe. Ich fand sie sehr hart. So. A New Hope. Chapter 4. Ha. Die Star Wars. Nachdem die Stadt von Dunderhead gewinnen, haben die Wizards einen Fahrrad zu Havendyr, wo der gute King sie am Ende ihrer Reise erwartet hat. Und als sie die Stadtkirchen gelten, der erste Snowflake fiel. Das bisschen schauen wir uns noch an und dann, äh, geht's weiter. Ah, dann geht's jetzt schon weiter. So. Schnee. Schnee ist gut. So, das war Magica mit eurem A-Backel. Äh, wenn euch das jetzt sehr gefallen hat, bitte kombinieren, abonnieren, kuppeln, werten. Und wir sind uns beim nächsten Mal wieder bei Magica. Auf bis denn. Auf bis denn. Das ist auch ein guter Spruch. Äh, ciao, ciao.